ja willkommen zurück auf meinem kanal schön dass du eingeschaltet hast heute geht es um das thema garmin so garmin uhren und die steuerung des teslas ihr habt nämlich die möglichkeit über eine app in garmin connect iq euren tesla zu steuern über die garmin uhr das ganze ist komplett kostenlos ich zeige dir in diesem video einmal wirst du die funktion hier sind aber wie man das ganze dann auch einrichtet beziehungsweise wie es dann nutzen könnt viel spaß ja ihr könnt die app hier nahezu bei allen garmin nutzen das heißt also sofern ein garmin connect iq zugang da ist und ich würde auch das ganze hier mit dem touch display empfehlen einfach nur weil es mit der steuerung etwas einfacher fällt aber es ist egal ob eine venue ihr habt eine epics uhr eine phoenix uhr das geht alles in dieser stelle ja was bekommen wir in der übersicht wir sehen jetzt hier das auto sitzt momentan bei 30 prozent geladen 100 kilometer wenn hier geschätzt ihr habt die möglichkeit die app sowohl mit touch als auch mit den tasten zu steuern wir gehen jetzt einfach mal das ganze mit touch durch gehen wir uns rein es dauert immer einen kleinen moment bis das ganze geladen wird dann sehen wir hier zum beispiel vier aktionsmöglichkeiten die ich jetzt hier hinterlegt habe das könnt ihr komplett individuell gestalten was er haben wollt zum beispiel frank oder ich kann jetzt hier wenn ich drauf drückt auch die lüftung einschalten dann fängt jetzt das auto an hier die klimaanlage einzustellen was man das hören kann oder ich kann es natürlich auch wieder ausstellen dann ist das ganze abgeschaltet und hier oben habe ich dann zum beispiel auch noch den wächter modus sich aktivieren kann den punkt oder ich kann auch hier wenn ich möchte das auto öffnen sehen wir jetzt hier das auto ist aufgemacht beziehungsweise wenig zu schmach dann kann ich es auch wieder direkt schließen sehen wir hier das auto ist wieder geschlossen hier unten sehen wir dann jetzt aktuell 30 prozent damit welcher amperre stärke das ganze geladen wird und die temperatur im fahrzeug wird angezeigt der grüne balken dem jetzt hier sehen das ist die ladung also das grüne ist was drin ist und das grau ist das was leeres und wenn wir jetzt hier rechts drauf klicken dann können wir zum beispiel auch die geplande zeit einstellen weil wir das ganze laden wollen bis wie viel uhr das ist an dieser stelle möglich oder ihr könnt jetzt wenn ihr unten drauf drückt auf die daten könnte aus lade limit ändern wenn ihr das möchte das ist an dieser stelle auch möglich hier mit den tasten zum beispiel das geht dann auch wenn wir uns wieder raus gehen können auch hier wischen dann kommen wir hier auch raus oder ihr habt dann hier auch ein track-and-drop menü ihr könnt dann alle funktionen noch mal in der übersicht sehen was ihr dann direkt hier ausführen könnt um hier euren tesla ja zu verwalten darüber hinaus könnte von rechts nach links schreiben dann kommt ein paar daten mehr das immer zum beispiel lade limit akkustand und die reichweite aktuell beziehungsweise hier dann auch noch mal das lade limit ende und hier die also man das ganze geladen sein soll und die aktuelle spannung beziehungsweise wie viel ampere ist und die heizung ob diese eingeschaltet ist ja wie bekomme ich jetzt aber die tesla app hier auf die uhr also ihr müsst erstmal in den garmin connect iq store gehen das ist eine eigene app von garmin die gibt sowohl im play store als auch im apple store wir sehen jetzt hier eine übersicht den verschiedenen widgets beziehungsweise apps die die uhr hier so anbietet jetzt gehen wir hier unten auf suchen da sind jetzt auch schon drin da geben einfach hier oben tesla ein ja ich habe sie schon im suchverlauf drin wie gesagt das ganze eingeben und direkt das erste widget hier oben tesla link widget ist das widget was ihr nutzen möchtet oder solltet wenn das ganze nutzen möchtet so rum und da sehen wir hier auch schon so eine kleine übersicht was es hier an möglichkeiten gibt als natürlich dann auch eine übersicht der funktion als natürlich dann auch welche geräte alle kompatibel sind da gehen jetzt einfach mal drauf und sehen wir hier schon zum beispiel vor 145 ist kompatibel ist schon etwas älter als natürlich die ganzen neuen phoenix uhren und sogar die venue 3 die jetzt gerade aktuell erst vorgestellt worden ist wird hier schon unterstützt also ihr seht hier der entwickler ist auch hier oben sehen wir sie schon ist ja wirklich ganz ganz schnell oder die neue golfuhr ist dabei also ihr seht hier eigentlich gibt es fast keine garmin uhr die das nicht unterstützt die jetzt auch keine verbindung zum garmin connect iq store hat jetzt gehen wir einfach hier auf installieren das führen wir jetzt aus dann kriegen wir hier nochmal eine frage ob wir das ganze hier machen dürfen sagen wir hier zulassen und dann wird das ganze hier auch schon direkt installiert und auf die uhr übertragen ja wenn das ganze dann übertragen das sehen wir dann auch hier bei geräte apps das ganze dann installiert ist und wenn wir jetzt hier auf die uhr gehen und hier das letzte widget anschauen was installiert worden ist das ist hier von tesla beziehungsweise nicht von tesla sondern vom entwickler wir haben hier das tesla symbol aber wir haben natürlich noch nicht das fahrzeug verbunden dafür müsst ihr jetzt einfach hier garmin connect offen haben beziehungsweise die app muss auf sein weil wir führen jetzt hier die oder das widget aus und wir sehen es hier logge dich auf das smartphone ein da bekommen hier direkt schon eine meldung angezeigt dass wir was machen müssen das kennen wir zum beispiel auch von spotify da gehen jetzt einfach auf anmelden und wir landen hier automatisch auf der tesla seite an dieser stelle ist natürlich euch überlassen ob ihr euch hier anmelden wollen tesla bietet ja hier natürlich eine api schnittstelle an die ist ja offiziell da und die kann man verwenden es gibt ja auch andere apps die die verwenden also wie gesagt eure eigene entscheidung ich melde mich jetzt einfach mal hier an das ist euer tesla konto mit dem ihr euch anmelden müsst wenn ihr die anmelde dann erfolgreich eingegeben habt dann seht ihr jetzt auch schon hier die übersicht wir sind jetzt hier aktuell 52 prozent ladestand 182 kilometer und die uhrzeit 21 8 ist aktueller zustand aktuelle uhrzeit nicht zustand und dann habt ihr auf jeden fall schon mal die übersicht wir können jetzt ins widget hineingehen das habe ich euch vorher schon gezeigt da werden dann die daten abgeholt standardmäßig haben wir jetzt hier zum beispiel den frank die klimaanlage und das auf und zu schließen des fahrzeuges als natürlich auch hier den ladebereich habe ich oben vorhin schon gezeigt ihr habt aber auch die möglichkeit die ganze app noch mal zu verwalten bzw für euch selber einzustellen wir es haben möchtet dafür geht jetzt einfach noch mal in die garmin connect app hinein und das tesla link widget hier gibt es dann nämlich die möglichkeit wir sehen jetzt hier gibt es ein neues feld das nennt sich einstellungen da können wir jetzt reingehen und können hier diverse einstellungen vornehmen leider sind manche sachen hier noch nicht ganz übersetzt das heißt manches auf deutsch man es noch nicht wir sehen hier verbesserte touchfunktion können wir nutzen als natürlich auch die touchfunktion also über geräte mit knöpfen und touchscreen das können wir einen ausstellen wir das haben wollen oder dann hier ein quick return also hier habt ihr dann je nachdem was ihr dann möchtet noch mal die option ist ganz hier zu nutzen der spannenderen teil sind aber die verwaltung der vier schnell buttons zum schnell auswahlmenü sind es hier links das ist jetzt hier frank öffnen wir sehen auch hier so ein pfeil am kofferraum oder vorne am frank wir können aber auch sagen ich möchte zum beispiel den kofferraum jetzt öffnen das können sie einfach mal speichern weil das ganze wird erst mit speichern übernommen schaut einfach mal auf den button dann seht ihr hier gleich der pfeil zeigt dann auf den kofferraum so sehen wir es hier und wenn wir jetzt hier drauf klicken dann werden wir gefragt ob wir den kofferraum öffnen wollen möchten wir natürlich nicht da könnte das ganze dann hier über den kofferraum öffnen wir müssen dann auch jetzt mal wieder in die einstellung gehen wenn das ganze dann gespeichert wird also wie gesagt ihr müsst dann hier erst mal selber entscheiden was ihr wollt und dann können das ganze hier speichern dann aber natürlich auch die rechte seite hier können zum beispiel das lade limit ändern oder lade strom das ist hier möglich oder dann auch die temperatur oder wenn ihr zum beispiel eine doppelbelegung haben wollen zum beispiel hier oben bei der klimaanlage rechts oben können wir sagen immer länger drauf drücken kann man das ganze hier auf enteisung stellen das heißt also das auto enteist automatisch und so könnte dann hier auch noch mal alles ja doppelt belegen wir können auch hier die hupe aktivieren bei dem geschlossenen schloss und habt ihr auf jeden fall auch die möglichkeiten wir speichern das ganze jetzt einfach mal und jetzt will man gleich sehen wenn wir jetzt zum beispiel länger auf die klimaanlage drauf drücken dann wird die enteisung aktiviert das heißt also wenn ihr morgens dann jetzt gerade im bad unterwegs seid und das handy liegt irgendwo könnt ihr auch direkt die enteisung starten dann geht das ganze hier direkt auch über die schnellauswahlmenü oder das schnellauswahlmenü falls ihr den entwicklung unterstützen wollt ich habe mit dem überhaupt keinen bezug aber was mir aufgefallen ist er hat hier unten als erforderliche hardware nämlich ja ich vermute mal seinen tesla link hinterlegt falls ihr jetzt ein auto kaufen wollt und ein weiteres auto kaufen möchtet und das ganze unterstützen wollt nutzt doch gern das hier er freut sich wenn das ganze unterstützt wird auf jeden fall wie gesagt das war ein kleiner einblick ein kleines tutorial ich hoffe es hat gefallen auch wenn es mal mit sport nichts zu tun hat aber ich möchte auch mal über den tellerrand hinausschauen wenn das ganze gefallen hat lasst auch gerne daumen hoch da ich verlinkt auch meine playlist hier rund um weitere tutorials zu den garmin uhren die natürlich auch ein bisschen mehr richtung sport gehen das war ein kleiner ausflug vielen dank für deine zeit tschüss bis zum nächsten mal